Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallam. Verlangt er Islam von einem Muslim auf seine Gesundheit zu achten und Sport zu machen, um fit zu sein? Und ist es schlimm, wenn man das nicht macht? Das war ein Fatsch? Ja. Das war ein Fatsch? Und wenn sie nicht tun, dann ist es sehr gut. Es ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage. Was ist die Frage? Die Frage ist, dass Gott sagt, dass Gott sei, aber nicht so gut zu machen. Nicht so gut zu machen. Wenn der andere Versurteil des Herrn, dass er eine gute Idee ist, dass man zu essen und zu essen. Ich habe die Pettig zu verabschieden, dann schuze ich dir. Das ist eine sehr gute Leistung. Die Leute, die Pettig zu verabschieden haben, sie haben die Medien zu verabschieden. Und die Kassen zu verabschieden nicht. Heute haben die Menschen hier die Verabschieden, dass die Kassen jetzt Wenn man vollständig hat, dann wird man nicht mehr zu fühlen, dann wird man viel zu essen, und dann wird man viel zu essen, und dann wird man viel zu essen, und dann wird man viel zu essen. Das ist ein Schaden, der der Islam von Muslimen verlangt, dass sie auf ihre Gesundheit achten und auch fit sind. Und was den Schaden betrifft, wenn man sich nicht daran hält, ob das schlimm ist, erstens mal erleidet man Schaden dadurch, dass man seinen eigenen Körper schadet, wenn man nämlich zu viel isst und sich dadurch überisst, dass der Magen das Essen gar nicht verdauen kann, sondern überflüssig ausscheidet. Es gibt zum Beispiel auch ein Hadith oder es war so, dass der heilige Prophet Friede und Segnungen Gottes sein auf ihm immer so gegessen hat, dass er, bevor er richtig vollkommen satt war, vorher aufgehört hat, also sich nicht bis oben hin voll gegessen hat. Und das, was die Wissenschaftler heutzutage entdecken, dass wenn man den Bauch, also den Magen sich voll bis oben hin isst, dass man dann das Gefühl dafür überhaupt verliert, dass man satt ist. Dann merkt man gar nicht mehr, dass man satt ist und man beginnt zu viel zu essen, viel mehr zu essen, als man eigentlich benötigt. Im heiligen Koran steht auch, dass man essen soll von allem, aber in Maßen, dass man das Maß nicht überschreiten soll und dass man nicht übertreiben soll. Es gibt auch noch einen anderen Ausspruch vom heiligen Propheten, Friede und Segnungen Gottes sein auf ihm, in dem er sagt, dass ein Mummen einfach ist und ein Ungläubiger ist siebenfach. Also, dass ein Ungläubiger siebenmal mehr ist als ein Mummen. Was wir an diesen Aussprüchen sehen können und auch daran, wie es der heilige Prophet Friede und Segnungen Gottes sein auf ihm gehandhabt hat, ist, dass wir eben essen sollen, aber immer so essen sollen, dass wir, bevor wir vollkommen satt sind, vorher aufhören. Das ist gut für unsere Gesundheit. Der Witz ist über einen Mann mit sehr großen und breiten Füßen. Die waren so groß, dass er nur selten Schuhe fand, die passten. Außerdem war er auch noch sehr kurzsichtig. Eines Tages, als seine Schuhe kaputt waren, ging er mit seinem Beamer in einem Schuhladen. Sie probierten alle möglichen Schuhe, aber keiner. Der Mann war ganz unglücklich und schlüfte verzweifelt von einem Schuh in den anderen. Plötzlich jubelte er. Hier, die Schuhe passen, prima. Den nehme ich. Meister, sagte der Diener, das ist kein Schuh, das ist der Schuh-Karton. Meter nachsteren. Ein Mann kam aus Miller und Schuh und scr visitorer Eva. Der Mann sagte, er war viel mit 4 beamer. Ganz ohne Schuh. Es wurde nicht bei Schuh. Qing zwischen der Schuhahn. und der Schuhz hatte so viele Schuh ausgültes, kein Schuh zu vollkommen. Er hat keine Schuh ausgültes и gar keine Schuhzachten. Er hat auch einen Moment compassioniert, sich in Schuhz und alles esquez schuhz, der schuhz versichert er wurde. Er hat gesagt, es ist sehr gut. Es ist vollkommen, so ein Schuh hat es ausgültes. Er ließ der Schuhz sei Dank. Er sagte, Herr, dieser Schuh ist eine Schuhzange. Das ist eine Schuhzange ausgültes. Die Schuhzangei haben wir gewartet. Das war das so. Ein Mann hat die Liebe von einem Bezahmann und der Bezahmann mit den Bezahmann zu essen und zu essen, die viel zu essen mit dem Bezahmann zu essen. Er hat viele Leute zu essen und sie hat einen Bezahmann zu essen. Er hat einen Bezahmann zu essen gewonnen und er hat eine Freizeit zu essen. Dann haben wir uns in der Küche gespielt. Dann haben wir uns noch einen Anzahlen in der Küche gelegt. Dann war ich ein Buhn. Das ist ein Witz noch zu dem Thema zu viel Essen eingefallen. Und zwar war ein Mann, der hat alle seine Freunde eingeladen. Und sie wollten einen Weltstreit machen, wer am meisten essen kann. Und es wurden ganz unglaubliche Mengen Essen gekocht und jedenfalls kamen die Freunde dann auch und einer hat von denen gewonnen, der hat am allermeisten gegessen Und als er dann eben gewonnen hatte, stand er auf und wollte nach Hause gehen und da hat sein Freund gesagt, nein, warte doch, wir können uns doch noch ein bisschen unterhalten Und da hat der Mann darauf geantwortet, nein, ich muss nach Hause gehen, meine Frau hat gekocht und ich will sie nicht warten lassen mit dem Essen As-salamu alaykum, حضور Kitslich in ihrer Freitag an sprache sagten sie, man sollte, denn aussteuer nicht so viel Wichtigkeit bei messen Wann und wo hat diese Brauch seinen Anfang genommen Hضور, pichelie khutbے میں آپ فرما رہے تھے کہ حکمہر کو, حکمہر نہیں جہیز کو, جہیز کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے تو یہ جہیز کا تصدور کہاں سے آیا کہ یہ بہت پرانا تصدور ہے جہیز کا تصدور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی تھا بیوی کو بچی کو رسط کہتے ہیں بہت کچھ نہ کچھ گھر سے دے دینے چاہیے اس کو لیکن رفتہ رفتہ یہ بڑھتے بڑھتے ایک پوری رسم بن گئی اور اس کے بعد اگر جہیز زیادہ نہ دیا جائے تو کہتے ہیں ناک کٹ گیا ہے یہ اور وہ لڑکی جو ہے اس کو گھر میں جا کے تانے ملتے تھے کہاں تا کہ غریب لوگ اپنا گھر کا سب کو سمان بیچ کے بھی بیٹی کو زیادہ پیسے دے کر رسط کیا کرتے ہیں یعنی چیزیں دے کر رسط کرتے تھے تو یہ جہیز جو رواج بن گیا ہے نا یہ سنت کے خلاف ہے جہیز تو سادہ کپڑوں کا جبس کی جتنے بھی توفیق ہو اس کے مطابق دینا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اور بعض بچیوں نے مجھے ختمیں لکھا ہے میں نے خدمے میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ روتی ہیں ہمیں یہاں آکے گھر میں تانے ملتے ہیں کہ تم جہیز کیل آئی ہو سوکی سڑھی آگئی ہو گھر سے تو اس لیے جہیز کی لانت بن گئی ہے اب اس کو بند کرنا چاہیے جو توفیق ہے اس کے مطابق دو ضرور ضرور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے بیٹی کو کچھ دے کر رفصت کرے بیٹی کو کچھ دے کرنا چاہیے بیٹی کو کچھ دے کرنا چاہیے آسوہ hat erklärt dass der Brauch, der Mitgift auch ein Brauch gewesen ist den es zum Beispiel auch schon zur Zeiten des heiligen Propheten Friede und Segnungen Gottes sein auf ihm gegeben hat jeder hat irgendwo schon das Bedürfnis wenn seine Tochter heiratet ihr etwas mitzugeben für den neuen Haushalt mitzugeben oder von sich etwas mitzugeben aber dieser Brauch entwickelte sich dann im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Wettstreit wer am meisten seiner Tochter mitgibt sodass also Leute die nicht so viel Geld hatten und die ihren Töchtern nicht so viel mitgeben konnten praktisch in der Gesellschaft das Gesicht verloren wenn sie ihr eben halt nicht so viel mitgeben konnten sodass sie ihren ganzen Besitz zum Beispiel auch manchmal verkaufen mussten damit sie der Tochter eine Mitgift geben konnten die eben in der Gesellschaft annehmbar gewesen ist und das ist auch etwas was wir heute sehen und was man nicht machen sollte man sollte eben wirklich seiner Tochter das mitgeben wenn man gerne etwas geben möchte was man kann entsprechend dem was man hat entsprechend seinen Möglichkeiten und nicht mehr darüber hinaus auf diese Weise wenn man über seine Verhältnisse hinausgeht dann ist das nämlich zu einem Fluch geworden diese Mitgift und das sollte man vermeiden Ja Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Was für gute Onkel sie alle haben. Der eine hat seinen Onkel gelobt und hat gesagt, mein Onkel, der ist so ein guter Chirurg, wenn bei jemandem der Finger abgeht, abgeschnitten wird, dann näht er ihn wieder an. Der andere sagt, das ist gar nichts. Ich habe einen Onkel, wenn bei jemandem der Arm abgeht, den näht er wieder an. Und der dritte sagt, aber mein Onkel, der ist noch besser, wenn der nämlich zum Beispiel auf den Schienenlang läuft und mit einer Ziege langläuft und ein Zug hat ihn überrollt. Und der untere Teil von meinem Onkel war verloren gegangen und der obere Teil der Ziege war verloren gegangen von dem Mann. Und mein Onkel hat das wieder zusammengenäht, hat den oberen Teil von sich und den unteren Teil der Ziege zusammengenäht. Und da haben die anderen gefragt, was ist daran denn Besonderes? Und dann sagt der Junge, naja, der Onkel ist da und außerdem haben wir noch jede Menge Ziegenmilch. Vielen Dank. 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 Yes. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. so. Vielen Dank. Vielen Dank. too. Vielen Dank. 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 Joke. 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 While on business in Germany, I rang my daughter in Britain. My 14-year-old grandson answered the phone, and I decided to have some fun with him. Ein Opa war in Urlaub in Deutschland und er wollte seinen Enkelsohn anrufen und dachte, ich werde ihn mal ein bisschen ärgern und hat ihn angerufen und hat seine Stimme verstellt und hat gesagt und dann war eine Weile schweigen am anderen Ende und dann sagt er Opa, ich kann dich leider nicht verstehen, ich lerne Französisch in der Schule, nicht Deutsch. Ja, ich lerne Französisch. Ja, ich lerne Französisch. Ja, ich lerne Französisch. Ja, ich lerne Französisch. Diese Frage ist aus Deutschland. Den Kindern gehörsam zu lehren, zum Beispiel ihren Eltern gegenüber oder in der Jamaat ist eine wichtige Aufgabe in der Erziehung der Kinder. Die neue Generation scheint damit große Probleme zu haben, als zum Beispiel unsere Generation. Zum Beispiel wird alles mit einem Warum hinterfragt und argumentiert. Sollte man heutzutage etwas anders machen bei der Erziehung als unsere Eltern? Wenn ja, was ist zu beachten? Ja, ich lerne Französisch. Ja, ich lerne Französisch. Ja, ich lerne Französisch. Ja, ich lerne Französisch. Er hat gesagt, dass wir bei der Generation darauf achten müssen, dass es wichtig ist, dass wir ihnen ihre Warum-Fragen beantworten. Wenn wir von ihnen etwas verlangen, dann sollten wir wissen, warum. Und sodass wir also dann auch ihnen sagen können, warum. Wenn wir keine Antwort darauf haben und nur sagen, nein, nur mach das, kann es sein, dass in Ihren Herzen eine Bockigkeit entsteht und Sie das widerstrebend dann finden, dass Sie das eben nicht machen, weil Sie die Antwort nicht bekommen haben. Wir müssen also uns selber vorbereiten und müssen selber lernen zu wissen, wie wir auf Ihre Warum-Fragen antworten. Assalamualaikum, mein Name ist Rubinah Mahoud. In Hamamad al-Bushra. Burmihab. Ja, die Malki Sajid Amad Burmihab. In Hamamad al-Bushra prophesied Mesih Maudu alaihisselam, Mesih Maudu alaihisselam, Mesih Maudu alaihi zain, zain of nacht folga, where nacht damascus rizen. Meine fragiliter, where there, these are rizen unter Norman, und was ist damit gemeint. Was, hier, puchhtie ist, dass, Mesih Maudu alaihisselam, hat er ne Kitas, in Hamamad al-Bushra, hat er, die, Mesih, Ferman, 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 Ferman. Ja, ein Pfeish, Goy, Ferman. Ferman, 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 Ferman. Que, Mesih, und khalifah, Dameskos, die طرف, Tischenf lege jayenge. Das ist ein Mesih-Khalifah. Mein Vater ist ein Khalifah. Er ist Damaskus. Das hat dann wieder geholfen. Hassur hat gesagt, dass einer seiner Nachfolger das tun wird. Und zwar der Vater von Hassur, der zweite Khalifah, hat diese Reise unternommen gehabt. Er ist nach Damaskus gefahren. Und auf diese Weise ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Assalamu'aikum, Hassur. Was ist die Bedoitung des Wortes Wasiila? Wasiila کا کیя مطلب ہے? Wasiila کا مطلب ہے, ایک, دو آدمیوں کے دمیان واسط تھا. Ab Allah teala سے, بہراست, hab саб لوگوں کو تعلق ممكن نہیں ہوتا. To Ahzur sallallahu alayhi wa sallam, wasiila ben jatte ہیں. Ahzur ki wasatet se, Allah teala se, Tarlow قائم ہو جاتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں مثلاً آپ نے کسی کو پرام سوارش کرنی ہو تو بیچ میں کوئی آدمی آجائے بڑا آدمی وہ کہہ میں جانتا ہوں اس شخص کو سوارش کر دوں گا تو اس کے ذریعے سوارش کرواتی ہیں تو یہ وسیلہ ہوتا ہے also hat erklärt dass das Wort وسیلہ bedeutet dass es ist jemand der zwischen zwei Parteien ein Verbindungsglied ist dass wir also zum Beispiel wenn wir zu Allah eine Beziehung haben oder wenn die Menschen zu Allah eine Beziehung haben dass der heilige Prophet z.B. ein Vassila sein kann ein Verbindungsglied sein kann zu Allah dieses Wort an sich ist bezeichnet etwas was eben zwei Parteien oder zwei Menschen miteinander verbindet Was glauben Sie steckt hinter sogenannten Geisterhausen? castles hati ja eisse mokhan hati ja geist ko haunted houses kutchnya kutchnya es in der unterhalten wird. Was ist das Gefühl, dass es in der unterhalten wird? Was kann das auch passieren? Ich habe nichts mehr. Ich habe ein Haunted, ich habe ein Haunted, ich habe das Gefühl, dass es Haunted ist. Ich habe jemanden, ich habe jemanden, und ich habe einen Mann ausgesucht. Er hat gesagt, ich habe einen Haunted. Er hat gesagt, ich habe einen Haunted. Er hat gesagt, ich habe mir nicht. Ich habe mir 30 Jahre alt. Also er hat gesagt, dass seiner Meinung nach das Geschichten sind, dass da eigentlich nichts dahinter steckt. Aber er hat eine Begebenheit erzählt. Und zwar ist ein Mann zu einem Haus gegangen, das verschrien war, als dass es ein Geisterhaus sein soll. Und er hat geklopft, an die Tür geklopft und daraufhin hat ein Mann die Tür aufgemacht und er hat diesen Mann gefragt, sagen Sie mal, Sie wohnen doch hier, ist denn das hier ein Geisterhaus, spukt es hier? Und dann sagt der Mann, also ich weiß nicht, hier spukt es nicht. Ich bin hier schon seit 30 Jahren tot und ich habe noch nie irgendwo einen Geist gesehen. Sollten wir immer unseren Augen trauen? Wir haben uns immer noch ein Geisterhaus, die wir sehen, wie es sich so ist, wie es sich so ist, wie es sich so ist, wie es sich so ist? Aksam ist es, aber einige Fälle, die Verrückung von uns schuldig sind. Die Verrückung von uns schuldig sind, die Verrückung von uns schuldig sind. Es ist auch ein Geisterhaus. Das ist zwei Möglichkeiten. Herr Su hat gesagt, dass man im Allgemeinen ist es so, was man sieht, dem kann man natürlich auch vertrauen, was man sieht, aber manchmal ist es schon so, dass das, was man sieht oder so wie es aussieht, das nicht so ist, wie es aussieht, sondern dass etwas anderes dahinter steckt. Also es sind schon mitunter beide Möglichkeiten da. Vielen Dank. 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 ... 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 Ich denke, wir haben uns sagten, dass wir die Kinder der Zeitplanung wieder Hannah über 7 Jahre haben, dass sie die Bemühungen um 7 Jahren abgeschrieben haben. Verhältn wir, wir sind in 3 Jahren bis 9 Jahren über die Beziehungen, dass wir bei uns über 4 Jahren über die Beziehungen um 4 Jahren bringen. Das ist mir 5 Jahre her. Denn ich glaube, dass ich nicht wahrgenommen habe, weil ich keine Beziehungen unter 40 Jahren paste. Nur was will ich. Wenn wir also seine Geburtszeit sieben Jahre zuvor verlegen, dann hat er das Prophetentum auch um die 40 Jahre herum erreicht. Kürzlich hat Herr Suhr in einer Chutba erwähnt, dass man einem Bettelnden immer geben soll. Gilt dies generell und überall, zum Beispiel hier, wo so viele Frauen mit Kleinkindern betten, ob schon sie Fürsorge vom Staat erhalten, oder zum Beispiel in Indien, wo man von Einheimischen darauf aufmerksam gemacht wird, nicht jedem zu geben, dass es auch gefährlich sein könne. Herr Suhr in einer Chutba. Aber das, was man hat, was man geben kann, das sollte man dann bei jeder Gelegenheit geben. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, jetzt ist die Zeit, und ich habe auch 8 Menschen gehen, und ich habe auch gesagt, ich will, ich will, ich will, dass sie die Kinder in der nächsten Zeit kommen, erzählen Sie zuerst. Okay. MTA International Reaching the Corners of the Earth